Hallo zusammen, wir sind jetzt in Rheinhessen beim Weingut Schärner Kleinhans aus dem schönen Weinort Flörsheim-Dalsheim. Ein recht bekannter Weinort, weil dort eine Ansammlung von vielen Top-Winzern ist mit Top-Lagen. In dem Fall haben wir jetzt den Riesling Liter, unsere Literware. Hat aber jetzt nichts mit der Qualität zu tun, wir verkaufen das sehr, sehr gut als Terrassenwein, als Schorlewein. Der Wein ist nicht ganz trocken, der ist halbtrocken, hat dementsprechend aber auch deutlich weniger Alkohol, hat nur elfmal Alkohol, eignet sich also als leichter Terrassenwein oder als leichter Essensbegleiter. Hat ganz typische Riesling-Noten in der Nase und am Gaumen, schön exotische Noten, ein bisschen gelbe Früchte, Aprikose und Pfirsich und hat eine relativ dezente Sorge, weil natürlich die Süße auch die Sorge abpuffert. Wunderbarer Wein für zwischendurch, ein schöner, leichter Essensbegleiter. Viel Spaß damit! Musik